Hallo meine Frau hat gesagt ich darf auch mal reden und wir haben hier jetzt die Zirconia Batterie von Argento und wer Argento kennt weiß das ist eine Tochterfirma von Funke und damit haben wir auch ein Top Produkt hier wieder zehn Schuss hat diese in einem schönen breiten Aufstieg und in einem mega zerleger leuchtend hell schöne Gold Batterie die fetzt richtig ab da freue ich mich schon drauf letztes Jahr haben zwei davon das ganze nicht überlebt das muss man dazu sagen die sind am Boden einfach komplett auseinander geflogen aber wir hoffen dass die jetzt durchhält ist eine neue Charge und Argento ist eigentlich eine Top Marke aber es kann ja mal passieren dieses Jahr hoffentlich zeigen sie euch am Himmel und nicht am Boden Zirconia von Argento so 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 Vielen Dank.